Du musst mir nur eine einzige Nacht etwas erzählen, dann mach ich dich los und du kannst gehen. Ich tue alles, was du willst. Schicksal oder Zufall? Aus einem zufälligen Treffen kann eine schicksalhafte Begegnung werden. Es gibt keinen Zufall. Du hast mich so gesehen, wie du mich sehen wolltest. Wenn du jetzt enttäuscht bist, tut es mir leid. Das war gut. 1 zu 0 für dich. Das war bestimmt zur Abwechslung mal die Wahrheit. Wahrheit? Welche Wahrheit? Spielst du wieder ein Spielchen mit mir? Was ist denn das letzte Wort, den du dich ändern kannst? Wasser. Ich hab's ausgesprochen, du hast es getan. Ja, weil du es wolltest. Wie naiv seid die Typen eigentlich? Wie naiv manque? Wie naiv�� war jetzt noch? Wie naiv�� war jetzt noch. Ich bin dran. Untertitelung des ZDF, 2020